Herzlich willkommen zu Folge 58 des Mac & I Podcasts und heute sprechen wir über das jüngste Apple-Event, was es jetzt gegeben hat, Scary Fast, lautete der Titel im Original unheimlich schnell im Deutschen und was es dort Unheimliches zu sehen gab, das besprechen wir jetzt in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen, ja, mit dabei am Mikrofon wie immer Leo Becker. Leo, bist du Scary Leo oder eher Leo Fast? Nach dem Event war ich eher erschreckend spät, könnte man sagen, zumindest für europäische Verhältnisse waren die Uhrzeiten ja relativ wild diesmal. Aber ja, am Schluss eher schnell geworden als müde und schnell, könnte man sagen. Ja, das war ja wirklich diesmal mit 1 Uhr nachts ja eine für Europäer ziemlich unbequeme Uhrzeit. Man leidet ja dann so ein bisschen gefühlt mit den Menschen in Asien, die ja das gewöhnt sind, dass sie ja häufig Apple-Events wirklich ganz früh zum Frühstück bekommen oder eben dann in der Mitte der Nacht und müssen dafür dann da aufstehen. Ja, mein Name ist Malte Kirchner und ja, lass uns loslegen, lieber Leo. Sehr gerne. Es gab ja eine ganze Menge, was uns Apple da tatsächlich gezeigt hat, obwohl dieses Event ja nur 30 Minuten gedauert hat, also dieses Video, was ja gestreamt wurde. Und im Mittelpunkt stehen allerdings Prozessoren. Was genau ist denn dort vorgestellt worden? Ja, interessanterweise haben sie diesmal gleich einen Rundumschlag gemacht, möchte man sagen, mit dem M3, der jetzt doch schon präsentiert wurde. Es war ja im Vorfeld viel Diskussion. Schaffen sie es noch dieses Jahr? Kommt der nächstes Jahr? Zwischendurch hat sich alles auf nächstes Jahr abgezeichnet. Dann war es doch am Schluss, jetzt eben Ende Oktober ist es geworden, dass sie tatsächlich diesen Chip rausgebracht haben und ja jetzt auch bald dann natürlich in den ersten Geräten verkaufen. Und wir haben zum ersten Mal auch gesehen, dass sie eben diese komplette Reihe gezeigt haben. Also das Basismodell M3 und M3 Pro und M3 Max, das hatten wir bis jetzt in dieser Form noch nie in der Geschichte, ja noch relativ jungen Apple-Silicon-Geschichte. Und zugleich haben wir auch zum ersten Mal ein Gerät, in dem man tatsächlich auch zwischen all diesen drei Chips wählen kann, weil das hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Also es sind zwei Erstereignisse gewesen, die sich da gezeigt haben bei diesem Event. Wie erklärst du dir diesen Schritt, dass Apple den gegangen ist? Es gibt ja verschiedene Erklärungsansätze, die man mittlerweile dazu findet. Der eine lautet, dass es ja nun die Einführung der 3-Nanometer-Bauweise war, also dass man da gleich so einen Breitenaufschlag machen wollte in allen Gattungen. Der andere Punkt, du hast es gerade ja schon angetönt, ist ja, dass man ja nun dieses 13 Zoll MacBook Pro jetzt kassiert hat mit der Touch Bar und dass das jetzt alles aufgeht in einem 14 Zoll Notebook oder MacBook Pro. Das setzt aber ja zwingend voraus, dass ja all diese Prozessoren auch am Start sind. Also hat das vielleicht einen Ausschlag gegeben oder was denkst du, was war da der Grund? Ja, das ist eine interessante Frage, was da vorne stand, also ob Apple darauf gewartet hat, dass sie diese Chips in den drei Ausführungen gleichzeitig praktisch auf den Markt bringen können und dann sich überlegt haben, okay, dann ist ein guter Zeitpunkt auch dieses 13 Zoll MacBook Pro, was ja eigentlich noch aus einer alten Zeit mitgeschleppt wurde und immer weiter geschleppt wurde und immer weiter geschleppt wurde mit dem alten Design, dass sie das jetzt mal aussortieren und damit natürlich auch ihr Laptop-Line-Up deutlich überschaubarer machen, würde ich sagen, weil das war ja immer so ein komisches Gerät zwischendrin preislich und insgesamt ist es sehr herausgestochen und hat, glaube ich, auch viele, die sich nicht intensiv damit beschäftigt haben, einfach verwirrt, was dieses Gerät macht in dem Line-Up oder haben dann gesagt, ich kaufe mir natürlich irgendwie dieses MacBook Pro, was viel billiger ist als die anderen MacBook Pros, aber viele Käufer, glaube ich, wussten dann auch nicht, was sie halt für Kompromisse eingehen und ob es nicht irgendwie besser gewesen wäre, halt einfach ein MacBook Air zu kaufen, was dann ja auch denselben Chip drin hatte. Auf jeden Fall haben wir uns zumindest, also ich meine in der Branche, also zumindest so auf der Berichterstattungsseite wurde sich ja lange gefragt, warum Apple halt diese Strategie überhaupt fährt, dieses 13-Zoll-Modell mitzunehmen und gibt es ja wildeste Theorien dazu, dass es halt irgendwie so Großeinkäufer aus Unternehmensseite da halt einfach reingespielt haben und das wurde offensichtlich schon verkauft. Apple hat das ja auch aktualisiert, also das wurde ja, jetzt kam, es war eines der ersten M1-Geräte, es hat ein M2 bekommen letztes Jahr noch, also das war durchaus, also intern mit Komponenten, was auf aktuellem stand, nur die Hardware selbst hing halt noch, ja letztlich irgendwie mehr oder weniger auf Modellreihe 2016 und natürlich mit diesen fiesen Sachen, die das alte MacBook Pro hatte, wie die unzuverlässige Tastatur und diese Geschichten, die haben sie ja dann in den Griff bekommen und damit war das schon ein okayes MacBook, aber es war halt ein komisches Modell und jetzt ist es halt tatsächlich, plus halt die Touchbar, das letzte Modell halt mit der Touchbar und jetzt ist es einfach verschwunden, sagen wir mal klanglos und wir haben halt dieses neue 14-Zoll-Modell, auf das wir ja sicher gleich auch nochmal genauer eingehen, als letztlich auch als Nachfolger, weil das gab es ja in dieser Form auch noch nicht, dieses neue Basismodell des 14-Zoll-MacBook Pros, das ist also eine weitere Neuerung, die wir diesmal in der Form gesehen haben. Ja, die Touchbar hat es ja, finde ich, auch besonders deutlich gemacht, eben, dass es vom alten Eisen war, ne? Die Touchbar stand ja irgendwie für so ein abgeschlossenes Kapitel, Apple hat sich von dieser Idee, dieses Zusatz-Screens verabschiedet, hat das bei keinen neuen Geräten mehr eingebaut und irgendwie hat es dann da ewig fortbestand und ist, ja, in der Tat, letztes Jahr noch ist ein neues Gerät rausgekommen mit M2 und die Touchbar lebte darin weiter und das hat ja schon einige irritiert, welchen Kurs Apple da eben auf Strecke fährt. Ja, aber jetzt sind wir schon so, man ist ja verlockt, gleich über die Geräte zu sprechen, aber die Basis ist ja eigentlich das Wichtigste, finde ich, gewesen, was Sie ja da vorgestellt haben, die Grundlage dieses ganzen Tuns und der M3, egal in welcher Fasson, zeichnet sich ja dadurch aus, dass ja vor allem die Grafik deutlich einen Sprung nach vorne gemacht hat. Teilweise ja auch mit Ansage, kann man sagen, oder? Ja gut, das iPhone 15 Pro hat da natürlich die Richtung vorgegeben und da konnte man jetzt sehen, was dann halt Mac-seitig letztlich da hinten rausfällt oder dass Apple, sagen wir mal, einen ähnlichen Fokus auf die Grafik legt. Es ist ja unterm Strich auch so, dass man immer noch sagen muss, dass was den Prozessor selbst angeht, die M-Chips ja auf einem Level, vor allem wenn du halt die Effizienz ansiehst, also für Notebooks zum Beispiel, dass die auf einem Level spielen, wo mit dieser Effizienz und damit mit einer langen Akkulaufzeit es schwierig ist, für die Konkurrenz dran zu kommen. Mit purer Leistung wirst du sicher irgendeinen Intel-Chip oder irgendeinen anderen Chip finden, der da auch dran kommt oder auch drüber kommt, aber natürlich mit einem ganz anderen Energieaufwand und halt in der Form, dass es in einem Notebook-Formfaktor fast nicht sinnvoll einsetzbar ist oder so, dass du halt auf der Stelle an den Strom musst. Und das haben wir natürlich gesehen, dass sie da bei den M-Chips wirklich sehr weit vorne weg waren, aber was halt die Grafikseite, die ja mit integriert ist, die GPU-Seite, die dann ja auch komplett natürlich aus Apples eigener Hand kam, mit seit dem ersten M-Chips und wo ja lange auch spekuliert wurde, ob Apple doch irgendwie versucht, eine Anbindung an andere Grafikkarten noch einzubauen, zumindest für den Mac Pro und so weiter. Und wir haben halt gesehen, nein, sie machen einfach ihr eigenes Ding. Und da war es natürlich, war es, glaube ich, jetzt sehr wichtig, dass sie auch zeigen, okay, GPU ist schon was, was wir im Blick haben und wo wir auch verstehen, dass wir nachlegen müssen. Und da sehen wir jetzt, glaube ich, die ersten Schritte sehr klar, die sie unternommen haben, was diese Seite angeht. Und es ist natürlich erfreulich, dass sie da, dass das nicht aus dem Auge gerät. Und du dann am Schluss halt einen hervorragenden Chip hast, der aber irgendwie grafikseitig so ein bisschen am Rand ist. Ich fand, im Bereich GPU mussten sie sich ja noch mehr beweisen als im Bereich CPU. Weil wenn wir uns erinnern an das dunkle Intel-Zeitalter mit der On-Board-Grafik der MacBooks zum Beispiel, das war ja häufig dann noch das größte Problem, um zum Beispiel jetzt mit Bootcamp dann Windows-Spiele da abzufahren oder so, weil die Grafik einfach so hinter dem hinterher war, was du eben in anderen Notebooks hattest oder selbst auf Desktop-PCs. Und jetzt zeigen sie ja nicht nur, dass sie auf dem Desktop das können, sondern sie zeigen auch, dass sie auf Mobilgeräten ganz fantastische Grafikleistungen da aufrufen können. Und ja, wir sehen jetzt so Sachen wie dieses Hardware-unterstützte Raytracing, das wir ja beim iPhone 15 Pro Max gesehen haben. Mesh-Shading wurde verbessert. Was mir aber auch sehr imponiert hat, und das kam ja durchaus auch überraschend, das hat ja niemand so richtig vorher auf dem Radarschirm, dieses Dynamic Caching, was sie da gezeigt haben. Dieser Ansatz, ich meine, dieses Unified-Speichermodell hat ja bei einigen auch Stirnrunzeln hervorgerufen, als das eingeführt wurde. Oder es gesagt wurde, das finden wir aber nicht so toll, dass sich die GPU und die CPU den gleichen Speicher teilen. Besser wäre ja dann, dass jeder sein eigenes hat. Und bislang war das so ein Thema, was einfach stillschweigend gut funktioniert hat. Aber jetzt haben wir so den Next Level, dass dieses Dynamic Caching eben nicht mehr feste Bereiche reserviert für die GPU, sondern wirklich dann immer dann fallweise mehr und weniger dazu gibt, sodass dieser gemeinsame Speicher ja noch optimaler dann verwendet wird. Und alles läuft, so wie du ja gerade schon gesagt hast, so unter diesem Oberbegriff der Effizienz. Also Apple hat da echt so seine Nische gefunden. Und das ist ja eigentlich keine Nische, das ist ein riesiges Alleinstellungsmerkmal, wo die PC-Hersteller sagen, ja, wenn du ganz viel Energie reinsteckst, und dann kriegst du das natürlich auch mit Intel hin. Und wenn du dann keinen Wert auf Mobilität legst und solche Sachen. Aber hier ist es ja eben so, dass sie wirklich dann diese Karte voll ausspielen, dass du kannst diese ganze Power eben mit vertretbarem Energieaufwand und mobil auch haben. Und die GPU hat da natürlich gerade in den letzten Jahren nochmal eine immer größere Bedeutung gewonnen. Und das ist natürlich Apple auch bewusst. Und es ist interessant, wie sie da jetzt agieren und sich hinbewegen. Weil wir natürlich auf der einen Seite die einfach ganz klassisch Gaming haben, was natürlich auf dem Mac immer noch so eine Sache ist. Ja, okay, Apple will da irgendwas. Aber ob es so richtig passiert, weiß man immer noch nicht. Und es bewegt sich sehr langsam, was das Angebot angeht. Und da haben sie ja auch spezifisch jetzt zum Beispiel nichts angekündigt. Es gab ja diese Spekulation, dass die komische Uhrzeit des Events mit irgendeiner Ankündigung in Japan übereingeht. Weil da war halt gar nichts davon. Also dass da Capcom irgendeinen Titel nochmal exklusiv ankündigt. Haben wir nichts gesehen. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite professionelle Anwendungen, die in irgendeiner Form natürlich auch die GPU brauchen können und darauf angewiesen sind und davon extrem profitieren. Und dann haben wir natürlich jetzt den ganzen Bereich KI, der bei Apple ja immer noch so ein bisschen am Rand läuft. Und sie haben ja diesmal auch erstaunlich oft, das Wort AI kam erstaunlich oft in der Keynote vor, was sehr ungewöhnlich ist für Apple, weil sie das sonst fast gar nicht verwenden. Und sie haben es in diesem Fall ja auch immer im Kontext von AI-Developern, also als KI-Entwicklern, die da ihre Modelle entsprechend halt auch mithilfe der GPU halt praktisch rechnen lassen. Und da ist es natürlich immer noch so, dass Apple mit seiner eigenen Grafikarchitektur so ein bisschen, ich will nicht sagen im Hintertreffen, aber sie fahren halt eine andere Schiene als das, was halt sonst, weil der Rest läuft halt letztlich auf Nvidia-Architektur. Und damit weiß ich noch nicht so genau, was wir da sehen und welche Bewegung wir da sehen. Aber ich glaube, Apple hat sehr klar signalisiert, dass sie auch diesen Bereich in irgendeiner Form auf dem Schirm haben und dass sie den berücksichtigen wollen und eben auch diese Entwickler entsprechend wichtig befinden. Und das war interessant, dass sie diesmal das zum ersten Mal halt im Kontext der GPU auch kommuniziert haben und nicht nur eben im Zusammenhang mit ihrem Neural Engine, ich komme immer ins Stottern bei dem Wort, zusammengebracht haben. Also das ist schon was Neues gewesen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Aber dieses Event hatte ja so den Charakter eigentlich des Jahresabschlusses. Wir hatten das September-Event mit den iPhones und jetzt hatten ja alle spekuliert, so bringt Apple überhaupt noch ein Event? Und dann, ja, das ist jetzt sehr wahrscheinlich ja das letzte Event dieses Jahres gewesen. Aber es hatte irgendwie so, finde ich, gar keinen abschließenden Charakter, sondern es ist ja eher so wie so ein Cliffhanger-Event. Es ist eher so wie bei so einer spannenden Fernsehserie, wo jetzt dann irgendwie in der letzten Folge dann unklar ist, was wird denn in einer neuen Staffel passieren? Es kündigen sich große Sachen an. Und genau das sehe ich ja auch so. Also was du erwähnt hast, diese KI-Andeutungen, die lassen einen natürlich dann spekulieren. Sieht Apple sich selber zum Beispiel auch als KI-Entwickler? Es wird ja schon seit einiger Zeit darüber gesprochen, dass sie auch generativ etwas auf den Weg bringen wollen. Also haben sie auf den Eigenbedarf ihren Chip dann auch weiterentwickelt. Generell auch dieses Spiele-Thema, ja, das sehe ich auch so. Bei den Spielen haben sie ja die gleiche Situation wie bei Carplay und bei gesteigertem Maße bei Carplay der nächsten Generation, was ja immer noch aussteht, dass ja eben sie eine vielleicht so gute Vorlage liefern, aber in hohem Maße davon abhängig sind, eben dann doch von Dritten, die es dann eben auch umsetzen müssen. Und werden die Spielehersteller jetzt darauf einsteigen? Ich persönlich glaube, sehr schlau ist es, dass man eben diese Entwicklung zum Beispiel mit dem Hardware-Raytracing vom iPhone ausgehend gestartet hat. Wir sehen ja bei Apple sowieso diesen Ansatz, dass die Developer dann immer mehr motivieren, plattformübergreifend zu denken und zu handeln und dass sie ihre Werkzeuge immer mehr darauf ausrichten. Das heißt, die Belebung des Macs mit Spielen könnte vielleicht gar nicht exklusiv auf dem Mac erfolgen, sondern eher über die Schiene, dass die Entwickler halt diese riesige Plattform iOS in allen Fassungen auch iPadOS mitnehmen und dann eine App schaffen, die mit relativ bescheidenem Aufwand vielleicht auch auf dem Mac lauffähig ist. Und dafür muss der Mac aber natürlich auch diesen Prozessor haben, der das dann eben darstellen kann. Und das ist, aber das sind Wetten auf die Zukunft. Also ich kann dir nicht sagen an der Stelle, ob das jetzt aufgehen wird, sondern es sind einfach, ich sage mal, Apple bereitet da den Weg und jetzt müssen wir mal abwarten, wie das dann läuft. Ja, also klar, dadurch, dass sie jetzt mit dem iPhone, zumindest mit dem 15 Pro vorgeprescht sind, was das angeht, ist, glaube ich, ihre beste Chance, um tatsächlich Bewegung, mehr Bewegung in dieses Spieleangebot zu bringen, was halt so lange statisch auf dem Mac war und gar nichts hergegeben hat. Und das ist die beste Chance wahrscheinlich, die sie haben, weil halt, ich meine, auch wenn das iPhone 15 Pro ja nur ein Gerät unter sehr vielen iPhones ist, es natürlich als Zugpferd trotzdem millionenfache Verbreitung hat in kurzer Zeit und damit der Markt für die Anbieter natürlich ein ganz anderer wird. Vor allem langfristig, wenn wir halt 2024 und 2025 denken und auch darüber hinaus, das sind natürlich alles längere, braucht halt alles seine Vorlaufzeit. Und Apple hat beim Gaming-Bereich einfach so viele Brücken verbrannt, dass sie da jetzt erstmal einiges wieder aufbauen müssen und die Grundlagen für sowas legen müssen. Also das ist interessant. Aber trotzdem ist es ja faszinierend gewesen, weil eben all diese Grafikverbesserungen, natürlich haben die Pro- und die Max-Versionen wie immer bringen natürlich mehr Kerne und mehr Leistung mit. Aber so die Basis-Grafikverbesserungen sind natürlich, davon profitiert auch der M3 als Einstiegsmodell. Und das ist natürlich auch interessant, weil wir wissen ja, und darüber sind wir noch nicht schlauer geworden, und wir wissen ja noch nicht so recht, wo dieser M3 vielleicht überall hinkommt. Also erstens gibt es natürlich noch eine Reihe von anderen Macs, die auf den M3 warten. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Headset, was in Apples Zukunft ist. Und ich meine, da wird jetzt natürlich viel ins Blaue spekuliert, ob die erste Vision Pro, die ja jetzt nur noch ein paar Monate mehr oder weniger entfernt ist und sehr klar mit diesem M2 angekündigt wird, ob Apple da auch schon den großen Switch ansetzt. Und ich weiß es noch nicht so recht. Ich weiß nicht, ob du da schon zu einer klareren Erkenntnis gekommen bist, was Apple da wohl für eine Strategie fährt. Oder ob sie einfach diese Diskrepanz, dass halt die Macs jetzt schon auf dem, also erste Macs jetzt schon auf dem M3 sind und die Vision Pro erst mal auf dem M2 bleibt, ob sie diese Diskrepanz einfach hinnehmen. Also es ist mal kein Thema auf dem Event und auch nicht auf der begleitenden Veranstaltung in New York, der ich ja beigewohnt bin. Die Vision Pro war gar kein Thema. Es ging ja nur um den Mac. Und ja, es lässt sich vortrefflich darüber spekulieren. Im Vorfeld wurde ja schon häufig gesagt, dass eine Vorstellung des M3 ja sich ausschließt, weil das ja genau diese Problematik aufwirft, dass wir uns hinterher fragen, was ist denn jetzt mit der Vision Pro? Angekündigt für den M2, aber bleibt es dabei? Wir vernehmen ja auch die Signale, dass die Hardwareentwicklung der Vision Pro der ersten abgeschlossen ist. Also das muss aber nichts heißen. Vielleicht ist sie abgeschlossen. Man hatte den M3 schon eingepreist, weil Apple natürlich da auch den Zeitvorteil hat. Es ist wirklich sehr schwer zu sagen. Also ich bin mittlerweile auch völlig unschlüssig, was jetzt wirklich schlau und richtig ist. Ich sehe nur, dass der M3 natürlich einige Vorzüge hat, die der Vision Pro sehr gut täten. Also höhere Energieeffizienz zum Beispiel. Dieses Akkuthema ist ja bei so einem Headset natürlich noch ein ganz anderes, als das jetzt eben bei einem klassischen MacBook dann der Fall ist. Die verbesserte Grafikleistung, selbstreden, muss man gar nicht weiter ausführen, dass das eben von Vorteil ist. Also diesen M3, den müsste ja eigentlich das Vision Pro Team unbedingt haben wollen. Und jetzt damit zu starten und auch so, sag ich mal, mit dem Gefühl, irgendwie steckt da ein alter Prozessor drin. Aber ich frage mich dann halt auch, wie viele sehen das denn so? Also ist das jetzt nicht so in unserer Tech-Blase vor allem ein Thema? Oder wird der äußere Käufer jetzt sagen, boah, das M2 ist alt? Also das glaube ich jetzt auch wiederum nicht so recht. Ganz schwierig. Also ich bin wirklich gespannt, wie, und das ist auch einer dieser offenen Fäden, die sie jetzt dahinter lassen haben, wie sie dieses Vision Pro Thema jetzt wieder aufgreifen. Und wie sie überhaupt halt mit ihren M-Chips auch weiter in Zukunft vorgehen. Also dass wir jetzt eben diese Komplettpräsentation gesehen haben, ist ja auch die interessante Frage, ob wir einfach nächsten Herbst dann M4, M4 Pro und M4 Max sehen und natürlich jetzt zwischendurch dann nochmal den M3 Ultra obendrauf oder vielleicht haben sie sich dann für den Mac Pro auch noch was Besonderes ausgedacht. Also das sind ja viele Spielarten jetzt möglich im Anschluss. Aber so eine richtig klare Linie, in welchen Zyklen diese M-Chips und auch die Aktualisierungen Mac-seitig dann halt ablaufen, so richtig abgezeichnet hat sich es noch nicht. Und jetzt hat man das Gefühl, so ein bisschen greifen zu können, aber es könnte auch nächstes Jahr wieder komplett über den Haufen geworfen werden. Ja, da gibt es einige Fragezeichen. Wir wissen ja auch nicht, also die eine Besonderheit ist ja auch, und das ließ man ja daran zweifeln, dass diese Pro-Chips kommen, dass in diesem Jahr ja erst auch M2 Pro und M2 Max vorgestellt wurden. Das heißt, man hat im gleichen Jahr zwei Generationen vorgestellt, was ja ziemlich atemberaubend ist, aber zeigt letzten Endes auch, dass das, was man vermutet hat, dass das schon für den letzten Herbst vorgesehen war und dass sich das verschoben hat wegen der Covid-Lieferkettenprobleme, dass das dann womöglich dann auch tatsächlich zutrifft und dass Apple hier jetzt zum alten Zeitplan zurückgekehrt ist, weil es gute Gründe gab, das ja zu tun. Aber ich gebe dir recht, also halten sie das flexibel, weil sie es flexibel halten wollen oder hat sich das jetzt auch durch einige Nöte und Zwänge so ergeben? Grundsätzlich würde ich sagen, ist es so, wenn ich Apple wäre, würde ich, wenn ich das wieder teile, aber nicht den Basisprozessor vor die Pro-Chips stellen, sondern umgekehrt wie beim iPhone, das mittlerweile der Fall ist, dass erst der Pro-Prozessor A17 Pro kommt und nächstes Jahr kommt der A17 für das Standard-iPhone, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass diese Reihenfolge, erst mal kommt der M2 und dann kamen dann Monate später M2 Pro und M2 Max, den Pro-Geräten nicht gut getan hat beim Verkauf, weil einige dann gedacht haben, das ist ja noch M1 und die verkaufen noch längst schon M2, da warte ich mal lieber. Also ich glaube, dass das Signal, was davon ausgeht, wenn du das in der Reihenfolge machst, ein Bestes ist. Ja, ich denke auch, dass für Apple und auch für den Kunden und Käufer ist es von Vorurteil, wenn da irgendwie ganz klar ist, dass diese drei Chips sind da, es gibt ein Basismodell, es gibt ein mittleres Modell und dann gibt es halt im Moment eben dieses Max-Modell und was dann oben drüber kommt, werden wir dann in Zukunft erst sehen, aber ich glaube, für die Notebooks war ja bis jetzt einfach nur dieses Line-Up relevant bis zum Max. und das ist ja ganz interessant, weil das Basismodell des M3, also ich meine, wir haben gesehen, dass Apple offensichtlich ein bisschen höher taktet, also sie haben an der Taktfrequenz des Prozessors durchaus geschraubt, das heißt also, damit geht auf jeden Fall auch eine Leistungsverbesserung einher und das haben sie offensichtlich, wenn wir zumindest mal ihre bisherigen Aussagen zur Akkulaufzeit als bare Münze nehmen, die sind ja bei Apple, also ich meine, Apple macht natürlich schon auch seine eigenen Benchmarks unter, sagen wir mal, positiven Gesichtspunkten und diese langen Laufzeiten sind natürlich auch Sätzen voraus, dass du irgendwie bei halb gedimmten Display halt Videos schaust oder sowas, was natürlich jetzt nicht irgendwie eine super Leistungsaufhungrigkeit hat und wenn man natürlich andere Sachen macht mit dem Gerät, wird man dann auch nicht auf diese 22 Stunden kommen oder die Apple halt dann durch die Gegend wirft, aber es wird sicher Szenarien geben, wo man auf sehr lange Akkulaufzeiten kommt und jeder, der ein 14 Zoll oder 16 Zoll MacBook Pro hat, jetzt schon aus dem Baujahr 2021 oder 2023, weiß, dass die Geräte sehr lang laufen und auch das gilt auch für das MacBook Air, das sind also Notebooks, mit denen man locker durch den Arbeitstag normalerweise kommt, außer man hat wirklich hochintensive Workflows, die da ablaufen. Also das ist, glaube ich, relativ klar und ich vermute auch nicht, dass sich daran was geändert hat und auch nicht daran, dadurch, dass sie jetzt eben an der Taktfrequenz nochmal nach oben geschraubt haben, und ansonsten ist ja das Basismodell vom M3 ist ansonsten ja relativ ähnlich zum M2 und auch zum M1, was jetzt so die Kerne und die Aufteilung zwischen Hochleistungs- und Effizienzkernen angeht und plus natürlich die GPU-Verbesserungen, über die wir jetzt eben schon gesprochen hatten, die sind natürlich auch, von denen profitiert auch das Basismodell. Ungewöhnlich ist ja dieser M3 Pro und da bin ich gespannt, ob du da vielleicht aus dem schlauer geworden bist als ich bis jetzt, weil an dem hat Apple sehr viel geschraubt. Also ich glaube, man muss vorne wegschicken, dass wir zum ersten Mal drei komplett eigenständige Chip-Designs gesehen haben. Also jeder dieser Chip ist wirklich sein eigenes, also M3, M3 Pro, M3 Max, jeder Chip hat sein eigenes Design. Das ist nicht irgendwie ein halbierter Chip oder irgendwie zusammengewurfeltes Ding, wo der eine aus dem anderen rausgenommen wird, sondern es ist einfach wirklich ein komplett, und es ist auch ein ganz eigenes Design, sodass wir jetzt auch eine Änderung bei der Kernaufteilung haben und wir haben eine Änderung beim Arbeitsspeicher und entsprechend bei den Speichercontrollern. Also der ganze Aufbau funktioniert bei dem Pro, bei der Pro-Variante anders, als er beim M1 Pro und M2 Pro funktioniert hat. Und wir wissen noch nicht so recht, was die Konsequenz davon ist, weil wir haben praktisch von dem Gespann aus 8 Hochleistungskernen und 4 Effizienzkernen haben wir jetzt 6 und 6 halbiert. Also 6 Hochleistung, 6 Effizienz. Wer weiß, also ich meine, die Effizienzkerne, man denkt mal manchmal, das ist irgendwie ganz langsames Zeug, die ganz furchtbar langsam sind, die sind schon auch schnell inzwischen. Ich glaube, also mit denen, man darf die nicht irgendwie unterschätzen und sagen, ja, die können irgendwie nur so Witzaufgaben nebenbei machen, sondern ich glaube, die können schon ziemlich viel inzwischen machen. Und gefühlt hat Apple da so ein bisschen den Fokus darauf, eben auch hier nochmal auf Effizienz, nicht nur die Effizienzkerne, sondern eben auch Effizienz und Akkulaufzeit des Gerätes verlagert. Das heißt, der M3 Pro ist so als Mittelklasse-Chip oder das mittlere Modell, was wahrscheinlich auch die meisten kaufen unterm Strich, der geht vielleicht einen Tick mehr von seiner Spitzenleistung runter und ein bisschen mehr auf die Effizienz. Aber bist du schlauer geworden aus diesem M3 Pro, in welche Richtung sich Apple da bewegt? Ja, ich habe den Eindruck, dass der Pro Prozessor, der M3 Pro Prozessor so ein, im Gegensatz zu den anderen beiden Varianten, eine war, bei der Apple selbst noch nicht so die ideale Formel für sich gefunden hatte. Also der Einstiegsprozessor ist natürlich ganz klar, der soll bezahlbar sein. Der soll den einfachen Einstieg in das Line-Up ermöglichen. Der ist von Nöten. Der Max-Prozessor umgekehrt hat auch ein relativ klares Profil, wobei man ja sagen muss, dass sich das auch ein wenig jetzt verschoben hat in Richtung Ultra mehr. Also die Frage, ob es einen Ultra noch braucht in Zukunft, ist ja eine, die man durchaus stellen kann. Beziehungsweise wie will man denn den Ultra noch verkaufen, wenn man jetzt dann absolute High-End-Anwendungen bewirbt, dass die jetzt mit den Max dann auch spielend möglich sind. Da bin ich mal gespannt. Aber der Pro hatte so ein bisschen den Makel, dass er da dazwischen lag, also aus Apples Sicht jetzt, und sicherlich auch den einen oder anderen verleitet hat, nur den Pro zu kaufen, statt gleich den Max, was Apple natürlich lieber ist. Und indem man jetzt so ein bisschen diese Leistungsspitze da wegnimmt, schafft man natürlich noch etwas mehr Attraktivität bei dem Max-Prozessor. Gleichzeitig nimmt Apple diesen Pro-Prozessor nicht aus dem Rennen. Das war ja am Anfang ein bisschen ihre Strategie. Am Anfang haben sie es ja so gemacht, dass sie ja zum Beispiel bestimmte Modellen den Pro-Prozessor schlichtweg vorenthalten haben. Wir mussten ja immer in eine Generation warten, bis der M2 Pro kam auf den Mac Mini. Warum nicht? Gleich beim ersten. Es war ja immer so eine Lücke da, wo der Pro irgendwie nicht so richtig ausgerollt wurde. Und ich glaube, dass das von Anfang an eine Rolle gespielt hat. Und jetzt positionieren sie ihn neu. Ich habe die These schon gelesen, es könnte vielleicht auch eine Andeutung sein auf nächstes Jahr, dass wenn neue iPads kommen, dass sie zum Beispiel bei den Pro-iPads dann das erste Mal einen M3 Pro einbauen. Und dann spielt das mit den Effizienzkernen natürlich eine ganz gewichtige Rolle dann ja mit Blick auf die Vorzüge des iPads. Also vielleicht ist das der Weg, den Apple gehen möchte, der für sie selber besser passt, aber der durchaus natürlich auch eine gewisse Attraktivität auch für die Nutzer dann entwickeln könnte. Ja, ich finde, das ist eine gute Spekulation, dass der M3 Pro praktisch so konzipiert ist, dass er eben für mehr Modelle langfristig vorgesehen ist. Zum Beispiel auch das MacBook Air. Warum kann ich das MacBook Air nicht mit einem Pro, M3 Pro konfigurieren? Ja, vielleicht reicht mir diese Form. Ich möchte genau dieses Modell, was besonders leicht und kompakt ist. Aber der M3 Pro, der würde da wahrscheinlich schon auch reinpassen. Und Mac Mini hast du schon angesprochen. Und jetzt haben wir natürlich auch, da kommen wir später noch dazu, den iMac gesehen, wo sie leider nicht diesen Schritt gemacht haben zu sagen, hey, diesen iMac, der ist sehr leistungsfähig, den kannst du aber auch mit dem Pro-Variante konfigurieren, sodass der halt richtig leistend, also wirklich eine deutliche Stufe oben drüber ist. Das haben wir jetzt eben dann doch noch nicht gesehen. Aber ich knüpfe diese Hoffnung auch dran. Und im Hinblick aufs iPad ist es natürlich spannend zu sehen, ob sie dann da entsprechend das Line-Up an Chip-Optionen und Wahlmöglichkeiten auch ausbauen. Aber interessant, dass wir jetzt mit dem M3 Pro, dass wir auch diese Arbeitsspeicher, ja, das geht dann bei 18 los und dann geht es halt zu 36 weiter und es ist alles so ein bisschen krumm, wenn man so will, zumindest aus dem gewohnten, aus der gewohnten PC-Komponentenwelt ist es ein bisschen wild. Aber ich meine, besser 18 GB als 16 GB, oder? Also unterm Strich ist es für Käufer vielleicht ja auch ganz nett. Ja, und ich überhaupt, diese ganze Arbeitsspeicher-Geschichte hat sich ja diese, sag ich mal, diese Zahlenlehre, die wir vom PC ja nun jahrzehntelang eingetrichtert bekommen haben, hat sich ja sowieso seit Anbeginn des Apple-Silicons völlig verschoben. Also 8 GB waren ja plötzlich auch wieder leistungsfähig. Anders, ja. Irgendwie eine miserable Ausstattung, wie das bei der PC-Welt dann ja ist. Da hast du ja zuletzt nicht mehr mit 8 GB angekommen. Ja, wobei ich an der Stelle sagen muss, dass ich es trotzdem schade und enttäuschend finde, dass sie das Basismodell des 14 Zoll MacBook Pros mit dem M3, dass das weiter mit, in Anführungszeichen, nur 8 GB auskommt. Also es ist einfach für ein Gerät, was halt jetzt in Deutschland Herstellerpreis an der 2.000 Euro Marke schrammt, empfinde ich es als knapp. Also ich habe selbst, ich habe das M1 MacBook eher lange im Einsatz gehabt mit 8 GB. Ich habe mir extra die absolute Basisversion damals gekauft, um dann an mir selbst auszuprobieren, wie weit ich halt mit diesen 8 GB Arbeitsspeicher komme. Und man kommt damit weit, aber sobald man sozusagen ein bisschen über die normalen Basissachen hinausgeht oder sagen wir einfach mit mehr, auch wenn du statt mit einem Browser halt mit drei Browsern arbeitest, warum auch immer, Webentwickler oder was du halt auch immer machst, dann stößt du auch mit diesen 8 GB an eine Grenze. Und natürlich ist das Auslagern, ist inzwischen, von Arbeitsspeicher ist inzwischen sehr schnell, aber es kommt dann doch immer irgendwann ein Punkt, wo du merkst, okay, die Kiste könnte ein bisschen mehr Luft gebrauchen. Und dann hast du halt schnell diese Situation als Käufer, dann musst du, und das ist halt das eigentliche Drama daran, musst du halt Apples Aufpreise bezahlen für diese Speicherplatzverdopplung zum Beispiel. Und die sind halt einfach unangenehm und auch schwierig zu rechtfertigen, wenn du dir den Rest an Komponentenpreisen anschaust. Und du kannst dich halt nur beim Kauf entscheiden. Du hast halt im Nachhinein keine Chance mehr. Du musst dieses Modell für immer, bis du es wieder verkaufst oder weitergibst oder musst du halt mit dieser Konfiguration leben. Wenn ich in den Core noch mit einstimmen dürfte, eine Sache, die mich dann auch stört beim Basismodell, jetzt dem neuen, ist natürlich, dass du weiterhin nur einen externen Bildschirm anschließen kannst. Und auch das finde ich, erstens angesichts der beträchtlichen Fortschritte bei der GPU kann mir keiner erzählen, dass es technisch nicht möglich wäre, einen zweiten Bildschirm zumindest dann noch, einen zweiten externen anzuschließen. Und zweitens, auch da ist es dann der Preis, wo ich finde, also da kann man eigentlich nicht die Leute noch behandeln, als wenn sie nur für 500 Euro einen Computer gekauft haben, wo du mit solchen starken Abstrichen leben musst, sondern für den Preis halte ich das jetzt nicht für sehr abwegig, dann eben zwei externe Bildschirme anschließen zu dürfen dann. Also ja, ja, es gibt so ein paar Sachen, die sich unerklärlicherweise dann nicht weiterentwickelt haben, wo man am Anfangs noch alle Augen zugedrückt hat, dann so nach dem Motto, ja, das gibt sich auf Strecke, aber wo es jetzt nach und nach eben dann doch etwas fragwürdiger wird. Und diese RAM-Speicher-Ausstattung, gut, ich meine, da werden böse Erinnerungen wach an die iPhones, wo ja auch die Basis-Konfigurationen ja auch immer sehr gerne sehr lange niedrig gehalten werden, bis man mal so den Ausgangspunkt erhöht. Ja. Ja, lass uns noch, bevor wir jetzt auf die Hardware, also wir reden die ganze Zeit über Hardware, Stipps sind ja auch Hardware, aber bevor wir auf die umgebenden Geräte zu sprechen kommen, die wir ja teilweise schon jetzt hier hatten, noch kurz zum M3 Max. Da ist es ja ganz interessant, der bekommt ja vier zusätzliche Performance-Kerne gegenüber dem M2 Max und bei der Arbeitsspeicherausstattung kann man ja jetzt sogar statt bis zu 96 GB RAM 128 sogar auswählen. Ja, das ist schon, also beim M3 Max fühlt es sich so an, als hätten sie jetzt letztlich den Fuß von der Bremse genommen, der vorher noch so ein bisschen, also ich meine, das ist ja Quatsch, weil auch der M2 Max und auch der M1 Max, das waren ja auch alles schnelle Prozessoren, aber sie, vielleicht sollte man sagen, sie haben eher den Fuß aufs Gas noch mal gelegt, also diese, der ist jetzt wirklich noch mal offensichtlich in einer anderen Dimension an Leistung gelandet, ich meine, wir werden dann sehen, was die Benchmarks hergeben und was dann sozusagen der Alltagseinsatz halt hergibt, aber nach allem, was Apple gezeigt hat, ist dieser M3 Max noch mal auf einem neuen Niveau gelandet. Das ist eigentlich der spannendste von diesen drei neuen Chips, wenn man so will, weil sich am Gefühl, zumindest von außen bis jetzt betrachtet, sich dort auf jeden Fall am meisten getan hat und diesen Chip halt als wirklich Workstation-Niveau halt in einem Notebook dann zu haben, was du sehr gemütlich mit dir rumtragen kannst, ist schon recht beeindruckend. Ja, das war ja auch einer der Punkte, den sie ja in dem umgebenden Vor-Ort-Event in New York sehr stark hinausgearbeitet haben, dass sie dann zum Beispiel aus dem Bereich der Medizinforschung, aus dem Bereich Grafikdesign, ja, dann Use Cases aufgezeigt haben und sogar eben Nutzer dann auch dann vorgestellt haben, die eben aufgezeigt haben, dass das diese M3 Max jetzt in den neuen Geräten ermöglicht, dass man überhaupt diese Arbeit mobil erledigt, die vorher nur mit sündhaft teuren Workstations, die wie Blei an einer Stelle standen, dann möglich waren. Also da versuchen sie, finde ich, jetzt auch, glaube ich, einen Markt zu besetzen. Diese drei Nanometer Bauweise ermöglicht ihnen da vielleicht eben auch dann den Nutzerkreis noch zu erweitern eben für die Mobilgeräte. und ich glaube, das war auch eines der Signale dieses Events, weil Apple ja jetzt momentan noch die Nase vorn hat, dass sie diese Plätze besetzen wollen, bevor die Mitbewerber aufschließen können und dann eben auch dort dann vordringen. Der weitere Punkt, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, hattest du auch das Gefühl, dass der ein oder andere Intel-Mac-Besitzer angesprochen wurde? Ja, und nicht durch die Blume, sondern sehr direkt angesprochen wurde. Ja, das haben sie diesmal schon sehr klar herausgestellt, dass es vielleicht mal Zeit ist, zu überdenken, ob man nicht jetzt doch so langsam auf einen Mac mit Apple-Chip umsteigen könnte und sollte. Also, ich meine, sie haben ja immer schon bei den M-Chips natürlich gern den Vergleich weiter zurückgezogen und eben natürlich in die Intel-Zeit. Klar, beim M1 gab es keine andere Vergleichsbasis, aber auch bei den spät beim M2 und jetzt natürlich beim M3 ganz deutlich ging die Perspektive immer zurück auf M1 und dann auch vor allem auf Intel und dann sind halt die Sprünge, die Geschwindigkeitssprünge, was halt diese sehr inzwischen ja auch durchaus bejahten Macs mit entsprechend bejahten Intel-Prozessoren halt für eine geringere Leistung bringen können als das, was du halt momentan bekommst. Sie wollten es also schon sehr klar kommunizieren und ich glaube, es gibt, also man wird wahrscheinlich überrascht sein, dass sicher noch viele Leute, also gerade zum Beispiel 2015er MacBook Pro mit Intel-Chips war so ein Klassiker, was extrem gern gekauft wurde und was immer noch ein leistungsfähiges Gerät ist, mit dem man arbeiten kann. Auch iMacs wird es noch, 5K iMacs wird es sicher noch mit Intel-Chips durchaus im Markt finden, wo Leute noch gut auch mit arbeiten können, aber wo man wahrscheinlich auch schon merkt, es knarzt halt so an der einen oder anderen Stelle und irgendwann ist sicher, je nachdem, was natürlich der eigene Arbeitsalltag aussieht oder auch Privatalltag aussieht, was man halt macht am Computer, dass natürlich, also ich meine, jeder, der diesen Sprung halt auf die M-Chips schon gemacht hat, hat das ja, also wer das natürlich seit 2020 vollzogen hat, diesen Sprung, hat schon gesehen, wie massiv er damals schon war und natürlich auch einfach auf den Basis M1 und jetzt haben wir natürlich mit dem M3 und dann eben M3 Pro, M3 Max halt wirklich eine große Palette an Auswahl, also ich glaube, es ist sicher ein interessanter und guter Zeitpunkt, wenn man zumindest ein Notebook kaufen möchte, jetzt sich mal das neue Line-Up anzuschauen. Ja, ich habe da noch eine Weile drüber nachgedacht, warum sie das eigentlich so herausgekehrt haben. Ich glaube, dass Apple einfach jetzt auch einen Punkt erreicht hat nach drei Jahren Apple Silicon im Umlauf, nach Abschluss der Transformation, also sie haben ja tatsächlich jetzt auch alle Geräte eben auf Apple Silicon umgestellt, auch das war ja eine wichtige Voraussetzung. Sie mussten ja auch, fand ich, diejenigen, die jetzt noch im Jahr 2019 dann groß eingekauft haben, Intel Macs, den durften sie jetzt ja auch nicht so sagen, hey, ihr seid ja blöd, ihr habt jetzt einen totalen blöden Rechner, obwohl sie es eigentlich gekonnt hätten. Also du hast ja schon gesagt, die Benchmarks und alle Erlebnisse, die diejenigen, die die gemacht haben, die umgestellt haben, deuteten ja darauf hin und man wunderte sich immer, warum Apple eigentlich so zurückhaltend damit umgeht. Klar haben sie das Benchmarks gezeigt, aber sie waren ja eigentlich relativ dezent noch im Umgang, weil sie, glaube ich, ihre Bestandskunden ein wenig streicheln mussten an der Stelle. Aber diese Beißhemmung ist jetzt weg. Also das merkt man jetzt sehr deutlich. Jetzt wird eigentlich gesagt, es gibt keinen Grund mehr, ein Intel Mac jetzt zu haben und auch bei der Software vollzieht sich ja zusehends ja eben dieser Wandel, dass du eben die neuen Betriebssysteme, also sag mal, außer, dass da jetzt irgendwelche Sicherheitsprobleme gelöst werden und das Nötigste noch implementiert wird, hast du nicht mehr viel davon, wenn jetzt ein neues Mac OS rauskommt, sondern die wirklich spannenden Funktionen, die funktionieren ja nur auf Apple Silicon und das kann man ja auch nachvollziehen. Also es ist ja keine künstliche Verknappung an der Stelle, sondern es ist ja tatsächlich eben auch dadurch begründet, dass man mit diesen Chips da was anfangen kann, was man mit den Intel-Prozessoren so nicht mehr machen kann. Ja, und jetzt findet das auch eine Außendarstellung statt, aber ich war doch dennoch ein wenig überrascht, weil, wie du schon sagst, es scheint ja auch ein unglaubliches Potenzial an Umsteigern da draußen noch zu geben. Ja, also ich weiß nicht, ob Apple die mit dieser Präsentation halt alle erreicht, aber ich glaube, sie sind, es ist sehr klar, gehört zu ihrer Strategie und zu ihrem Plan da einfach nachzulegen und es ist einfach, also ich meine, die Argumente für die M-Chips sind einfach zahlreich und jetzt mit diesem Line-Up, was sie jetzt halt gezeigt haben, ist es wirklich ein deutliches Argument mehr und wir wissen natürlich noch nicht, wie lang halt Mac OS auf Intel, wie lang diese Zukunft noch ist, also werden wir Mac OS 15 im nächsten Jahr auf Intel sehen, ich würde vermuten, ja, aber werden wir Mac OS 16 noch für Intel sehen, dann kann man sich schon fragen, okay, das wird sich Apple schon überlegen, ob sie das machen oder nicht und das sind halt alles Sachen, ich meine, wer sich zurückerinnert halt an die PowerPC auf Intel umstieg, den wir halt, wann war das 2006 plus minus hatten, da war in meiner Erinnerung wurde Mac OS oder Mac OS 10 damals noch, wurde sehr schnell für PowerPC abgesägt, da ging es also, da ging diese Intel, das ging mit Hochgeschwindigkeit auf Intel-Prozessoren und damals war der Leistungssprung von PowerPC auf Intel, der war auch ziemlich massiv, also da ist Apple, da hat Apple noch mal ganz anders auch Gas gegeben, ich habe das Gefühl, dass sie jetzt schon deutlich vorsichtiger agieren, als sie damals agieren, weil natürlich auch der Markt an vorhandenen Macs wahrscheinlich viel größer ist, als er natürlich 2006 war und so wie du schon sagtest, dass sie bis jetzt sehr vorsichtig ein bisschen agiert haben und gesagt haben, ja, der M1 natürlich sehr schnell, aber es nie so richtig verglichen haben und jetzt ist es klar, okay, es ist langsam Zeit. Ja, Apple, ich finde, dass Apple mehr als andere Hersteller ja auch dafür steht, dass eine langfristige Kundenbeziehung auch auf gegenseitigen Vertrauen basiert, also das so, du werden, also bei Smartphones merkst du es ja sehr deutlich, während viele Android-Hersteller eben so auf dem Trip sind, neues Android, brauchst du ein neues Smartphone, das hat sich mittlerweile auch geändert, aber es war ja lange eben ein zentraler Unterschied und Apple hat ja von vornherein darauf gesetzt, eben die Updates lange auszuliefern, natürlich nicht uneigennützig, sondern weil sie ja am Ende auch dadurch die Möglichkeit haben, zum Beispiel ihre Dienste, die sie dann ja über diese Geld verdienen, dann auch auf alten Geräten noch auszurollen, also die Nutzerbasis dann größer ist und wie gesagt, das ist dann keine Charity-Aktion, sondern hat ja auch durchaus ein strategisches Kalkül, aber es hat eben diesen positiven Side-Effekt gehabt, dass die Leute eben das Gefühl hatten, wenn ich ein Gerät kaufe, werde ich dann auch als Kunde zumindest fünf, sechs Jahre auch noch gut versorgt und nicht einfach fallen gelassen und ich finde, diese Blöße dürfen sie sich natürlich beim Mac auch nicht geben, dass auch wenn der Apple Silicon dem Intel-Prozessor in vielerlei Hinsicht überlegen ist, aber es darf ja nicht das Gefühl entstehen, dass du eigentlich blöd warst, wenn du 2019 noch ein Intel-Mac gekauft hast. Ja und vielleicht ist das dadurch eben auch so ein bisschen beseelt, dass sie ja eben da jetzt, sag ich mal, ein bisschen ermahnend, aber auch noch nicht pressierend vorgehen, aber ich denke auch, wir werden sicherlich in ein, zwei Jahren auch da sehen, dass sie dann irgendwann sagen, okay, jetzt schalten wir auch mal das Licht aus in der Intel-Abteilung, also jetzt seid ihr euch selbst überlassen und kauft doch mal einen schönen Apple Silicon, dann könnt ihr wieder mitspielen. Werfen wir doch mal einen Blick, Apropos, ja werfen wir doch mal einen Blick auf die Hardware, ich meine, du hattest ja jetzt, du hast ja nicht nur den Zeitzonen ein Schnippchen geschlagen, sondern du hattest ja in New York auch die Chance, eben die Geräte halt zu sehen und in die Finger zu bekommen und da ist meine vor allem erste Frage natürlich, weil das ist auch eine Neuigkeit und Neuerung, wie schwarz ist Space Black? Ja, Space Black ist eigentlich so eine Mischung zwischen schwarz und Space Gray, würde ich jetzt sagen. Also das ist in hohem Maße, so wie wir es in letzter Zeit auch bei den Metallic Geräten von Apple erleben, wie beim iPhone oder bei den iPads, dass es immer auch eine Frage ist vom Einfallswinkel des Lichts, also in welcher Lichtsituation du das betrachtest, aus welchem Winkel du das betrachtest und je nachdem erscheint es dir mal dunkler und mal ein bisschen heller, wobei das Hell sich schon eben maximal auf dem Level von Anthrazit bewegt. Also es ist schon wirklich ein schöner, satter Ton und hebt sich deutlich ab von dem Silber, was man da gewohnt ist. Man muss ja noch dazu sagen, also das Space Black, die neue Farbvariante, bekommt man tatsächlich erst ab dem M3 Pro Modell, also das ist in dem neuen Basismodell, über das Vergleich noch sprechen, ist die nicht, keine Option. Dort gibt es wie bis jetzt dieses Space Grau, ja, das ist ja ihre Farbbezeichnung oder die bisherige Silbervariante und Space Grau gibt es halt für die, für das Basismodell, aber eben nicht dieses Space Black oder schwer, sagen wir mal dunklere Grau, was halt jetzt neu dazugekommen ist. Dann ist Apple auch sehr erstaunlich lange auf dieser Beschichtung dieser neuen Farbvariante herumgefahren, bei dem Event gefühlt zumindest und hat halt herausgestellt, dass es möglichst Fingerabdruck abweisend sein soll. Hattest du da auch schon Erfahrungen, was Fingerabdrücke angeht auf den Geräten? Das war einer meiner ersten Gänge in der Hands-On-Area, dass ich dann auf diese schwarze MacBook Pro zugegangen bin und habe es ausgiebig dann betatscht, möchte ich sagen, was eigentlich sonst nicht meine Art und Weise ist. Aber ich wollte natürlich provozieren, dass da eben Fingerabdrücke entstehen und das ist tatsächlich so, dass diese abweisende, was Apple bewirbt von den Fingerabdrücken sehr gut funktioniert. Du musst also irgendwann siehst du auch irgendwas da drauf und als diese Geräte dann dadurch hunderte, dutzende Hände gegangen sind, dann sahen sie natürlich irgendwann, also sie sahen nicht schlimm aus, erstaunlicherweise, aber du konntest halt sehen, dass da jemand sie angefasst hat. Aber es ist tatsächlich so im Gebrauch, hatte ich denn das Gefühl, das ist nicht so, wir haben ja auch bei Apple schon Geräte erlebt, ich sage nur diese Klavierlack-Geschichte beim iPhone 7, kaum aus der Packung, du hast es nie wieder Fingerabdruck losgesehen und dieses Trauma, glaube ich, hat sich so ein bisschen eingebrannt, was dunkle Geräte angeht und dieses Coating ist dann auch der Versuch, dem entgegenzuwirken, aber es ist ein Versuch, der augenscheinlich, zumindest jetzt diese ersten Eindrücke, man muss sich natürlich jetzt ansehen auf Strecke, wenn diese Geräte dann mal ausgeliefert werden, wie das dann da ist, also ob irgendwann dieser Schutz dann auch nachlässt oder ob das jetzt dann dauerhaft so gut ist. Es ist natürlich auch in Apples eigenem Interesse, weil gerade die Ausstellungsgeräte halt in den Apple Stores und die sehen ja natürlich dadurch, dass sie halt tagtäglich von einem Berg an Kunden halt in die Finger genommen werden und rumgespielt wird und so weiter, betatscht werden, wirklich sprichwörtlich, ist natürlich klar, dass die sehen dann halt auch schnell aus wie Hund unterm Strich und das ist natürlich nicht in Apples Interesse. Wir haben es ja jetzt auch beim iPhone 15 Pro und dem Titan gesehen, dass die ja auch, wenn die ersten Fotos rauskommen, die halt aus diesen Hands-on Bereichen stammen, dass du da halt wilde Sachen siehst, die auch eine Einzelperson glaube ich bei ihrem Gerät also schwierig reproduzieren kann, aber wenn natürlich so ein iPhone halt eben durch hunderte von Händen gegangen ist und durch hunderte von Fingern mit verschiedenen Ölen und wer weiß schon, was da alles an den Fingern klebt, dann sieht das halt auch entsprechend nicht gut aus. Also ja, da werden sie schon sich Mühe geben. Also ich würde auch jetzt zum Beispiel sagen bei den bisherigen 14 Zoll MacBook Pro Modellen in den anderen Farbvarianten auch bei meinem grauen zum Beispiel, das ist nicht furchtbar irgendwie voller Fingerabdrücke. Also ich verzweifle da nicht. Ich muss das nicht jeden Abend irgendwie abwischen und säubern. Ich dachte, ich dachte. Kann man natürlich auch machen. Vielleicht wäre es auch ganz gut, das mal öfters abzuwischen, ist weniger Staub dran oder sowas. Aber also Fingerabdrücke habe ich jetzt nie als großes Problem wahrgenommen bei der aktuellen Modellreihe, die ja jetzt praktisch weitergeführt wird. Ja, es kam so ein bisschen aus dem Nichts, dieses Aufgreifen dieses Themas, weil in der Vergangenheit hat es ja auch keine Rolle gespielt. Ich fühlte mich so im ersten Moment erinnert an diese Glasgeschichte mit der Stoßfestigkeit, der Kratzfestigkeit des Glases beim iPhone, wo es ja auch so ist, dass trotz allem, also trotz dieser Bemühungen, es ja so ist, ist, dass ja die Anfälligkeit für Mikrokratzer immer noch relativ hoch ist, dass du also gut beraten bist, dein neues iPhone eben mit einem Displayschutz zu versehen oder in eine Tasche zu packen, die das dann eben nicht dann aus Versehen da irgendwie was dagegen kommt und dann hast du gleich einen Kratzer dann da drin. Und deshalb war ich erst sehr skeptisch, deshalb habe ich erst gedacht, naja, da kann man viel erzählen, aber ja, so die ersten Eindrücke zumindest waren eben da ganz positiv und ja, jetzt schauen wir mal, wie das dann funktioniert. Sind Sie halt mit dem MacBook Air jetzt gerade mit diesem dunkel Midnight Blau, was Mitternachtsblau heißt, glaube ich, auf Deutsch, was ja auch sehr schwarz unterm Strich ist oder sehr dunkel, da sind Sie, glaube ich, noch mal ein bisschen in diese Fingerabdruckproblematik reingerannt und vielleicht nicht, war Ihnen vielleicht nicht ganz so klar, also mich würde es auch nicht wundern, wenn wir irgendeine Form von Beschichtung da auch noch mal sehen in einer nächsten Revision des Gerätes, weil das ist schon, reagiert schon sehr deutlich auf, reagiert schon sehr deutlich auf Fingerabdrücke. Also ich meine, ist ja auch unterschiedlich, ob Leute das dann als Problem empfinden oder ob es unterm Strich auch wurscht ist und dann siehst du halt ein paar Fingerabdrücke und das war es. Aber war denn sonst irgendwas von im Hands-On? Ich meine, die Basisform des Geräts hat sich ja nicht geändert. Also die 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro sieht aus wie vorher, aber was war da, war da noch irgendwas Spannendes oder was, was dir besonders aufgefallen ist in dem Kontakt mit den neuen MacBooks? Naja, im Fokus stand natürlich vor allem, dass die da viel gezeigt haben, was grafikmäßig da jetzt möglich ist. Wir haben Spiele gesehen, die dort drauf liefen, 3D-Simulationen, also da wurde schon eben dann auch gezeigt, was damit geht und interessant fand ich in dem Kontext noch, dass diese sehr anspruchsvolle Darstellung, die es da hatte, dann aber nicht dazu geführt hat, dass diese Geräte jetzt dann da, dass die Lüfte alle brüllten oder dass die jetzt alle knalle heiß waren und sondern, dass die das tatsächlich gut ausgehalten haben, auch über einen längeren Zeitraum ja ohne Stromanschluss da unterwegs waren. Also ich glaube schon, dass das, das wollten sie dort eben dann auch zeigen, dass diese, diese Leistungssprünge, die man da jetzt gesehen hat bei den Prozessoren, dass die eben dann mit vernünftiger, mit einem vernünftigen Maß an Energie und ohne, dass das jetzt dann heiß und laut wird, dann möglich ist. Ansonsten ist es ja in der Tat so, die Geräte, die ähneln ja, also jetzt das Basismodell hat ja einen Port weniger, da gibt es dann auch einen kleinen Abstrich vom 14 Zoll MacBook Pro, aber ansonsten die Pro-Geräte, also die mit den Pro-Prozessoren oder Max-Prozessoren sind ja völlig identisch mit den, mit den vorherigen Geräten, was die Ausstattung betrifft. Also da macht Apple keinen Unterschied. Ja und das ist auch das Schöne oder das Positive ist ja jetzt, dass dieses neue Basismodell des 14 Zoll MacBook Pro, was es eben auch dann jetzt zum ersten Mal mit diesem Basis M3-Chip gibt und damit halt der Nachfolger von dem 13 Zoll MacBook Pro letztlich ist. Es ist natürlich spürbar teurer, als das 13 Zoll MacBook Pro vorher war in Apples Line-Up, aber dafür hast du halt eine ganz andere Liga von Bildschirmen. Ich glaube, das muss man einfach so sagen, weil dieses 100 oder bis zu 120 Hertz Display, was halt am 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro jetzt seit 2021 ist, das ist einfach ein fantastisches Display. Also es hat und auch was HDR, die Wiedergabe von HDR-Inhalten angeht, sie haben jetzt auch bei den SDR, also bei den normalen Inhalten, nochmal so einen Tick an der Maximalhelligkeit geschraubt, ich sage mal wahrscheinlich jetzt bei der Vorführung kannst du da wahrscheinlich, vermutlich hast du keinen großen Unterschied bei der Helligkeit sehen können, das ist dann was, was man wahrscheinlich nachmessen kann. Aber sie haben ja herausgestellt, wenn jemand das Studio Display daneben benutzt, dass die halt beide jetzt die identische Maximalhelligkeit haben. Ich muss dazu sagen, also wenn ich mein MacBook Pro in Maximalhelligkeit benutze, dann fallen mir die Augen raus. Also das ist eine Situation, die ich nie benutze. Aber klar, je nachdem, ich meine Leute arbeiten ja mit den Geräten zum Beispiel auch draußen oder am Set irgendwie bei Sonneneinstrahlung. Also mehr Helligkeit ist immer gut. Haben wir schon bei den iPhones gesehen, jetzt gerade, haben wir bei der Apple Watch gesehen. Mehr Helligkeit immer willkommen. Ich glaube, das kann man als Fazit ziehen. Aber das ist ein hervorragendes Display. Das war auch schon ein hervorragendes Display in den Modellgenerationen, halt 2021, 2023, davor. Und es ist eben schön, dass dieses Basismodell jetzt in diese Welt mitgenommen wird. Du hast schon gesagt, ein Anschluss fehlt. Du hast halt zwei USB-C-Anschlüsse statt dreien, sind beide zwar mit Thunderbolt, laufen aber nicht auf der Thunderbolt 4-Klassifizierung, auf denen die großen, die Anschlüsse von dem M3 Pro und dem M3 Max laufen. Unter anderem wohl auch, weil halt du eben nur dieses eine Display anschließen kannst. Und damit ist, glaube ich, die Bezeichnung Thunderbolt 4 sowieso schon außen vor. Ist aber unterm Strich, also wenn man mit dieser Limitierung leben kann, dieses einen externen Bildschirms, dann hast du sonst natürlich trotzdem ein Thunderbolt-Port mit der maximal, bislang maximal möglichen Geschwindigkeit, halt um irgendwie Hardware anzuschließen, Dock anzuschließen und SSDs anzuschließen oder was man auch immer halt da über Thunderbolt anbinden möchte. Das ist also auch ansonsten okay. Man hat halt natürlich diese zwei Ports liegen halt auf einer Seite. Also ich mag diese Flexibilität natürlich über USB-C zu laden und dann auf beiden Seiten anschließen zu können. Die geht einem da natürlich im Basismodell auch verloren. Ist kein furchtbares Drama, aber sollte man halt im Hinterkopf haben, je nachdem wie da der eigene Ansatzzweck ist. Dafür hat man halt jetzt MagSafe dazu, den man ja vorher nicht hatte beim 13 Zoll MacBook Pro. Das heißt, beim Laden wird halt kein, also wenn man über MagSafe lädt, wird halt kein zusätzlicher USB-C-Anschluss dann dadurch auch belegt. Und man hat natürlich HDMI und den SD-Karten-Steckplatz, der ja halt dann eben mit den 2021ern zurückkam und damals für große Freude gesorgt hat und vielleicht heute auch noch bei manchen für große Freude sorgt, weil auch die haben natürlich in dem 13 Zoll MacBook Pro gefehlt. Gab es nicht. Ja. Also ich finde den Schritt, dass man das Basismodell jetzt zu den 14 Zöllern, zum modernen Design geholt hat, auch richtig und eigentlich auch überfällig. Die Frage, die man sich ja zuletzt stellen konnte, ist, was war am 13 Zoll MacBook Pro eigentlich noch pro? Ja. So nach Apples Kategorien. All das, womit man geworben hat bei den teureren Modellen, den 14 und 16 Zoll, war ja nicht da. Und jetzt ist es sehr konsequent. Es gibt immer noch Abstriche, klar, weil Apple natürlich auch gerne sehen möchte, dass die Leute sich dann eben auch für die, mit den besseren Prozessoren entscheiden. Man kann sich darüber streiten, was jetzt wirklich daran pro ist oder nicht. Also wie gesagt, ich habe da meine Meinung zu den externen Displays. Ich finde einfach, dass man diese Unterscheidung zwischen MacBook Air und Pro macht, das finde ich noch okay, dass das Air jetzt nur ein extern ist. Aber dass, wenn ich ein Pro-Gerät kaufe, da eben nur ein Bildschirm anschließen kann extern, das will mir nicht so richtig einläuten. Da hätte ich mir eben was anderes gewünscht. Aber ansonsten, das Display, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das Design auch. Die Tastatur. Also dieses ganze Package, was uns ja mittlerweile, weil das jetzt schon der dritte Aufguss ja ist von den 14- und 16-Zoller-Modellen, das ist uns ja schon in Fleisch und Blut übergegangen. Aber für dieses Basismodell ist das alles neu. Und das ist natürlich ein großer Fortschritt. Ja, ja. Also ich glaube, man kann das nicht oft genug wiederholen. Aber diese MacBook Pro-Modellreihe, also das 14- und 16-Zoll-Modell, das haben wir auch schon in den früheren Sendungen sicher gehäuft gesagt, das ist wirklich das Beste, was Apple an MacBook Pro halt nicht nur wahrscheinlich dem letzten Jahrzehnt, sondern auch, wenn du weiter zurückdenkst, gab natürlich immer wieder für ihre Zeit besonders gute Geräte. Aber dieses, ja, dieses Komplettpaket, was sie da jetzt haben, das ist einfach ein fantastisches Notebook. Und das MacBook Air ist halt eine andere Kiste, die ist auch fantastisch, aber es spricht natürlich irgendwie auch eine andere Zielgruppe an und ist ein tolles Gerät. Aber dieses MacBook Pro mit diesem Display und mit den M-Chips, mit den verschiedenen Generationen der M-Chips, die wir jetzt gesehen haben und jetzt halt mit den neuesten, ja, zu, kann man sagen, schon 99 Prozent ebenfalls, ist halt einfach, ist wirklich ein super, super Notebook als Gesamtpaket. wenn man den natürlich sehr hohen, schnell sehr hohen Preis schluckt, weil die Limitierung halt Basismodell mit 8 Gigabyte und je nachdem, was man dann auch als, immerhin haben sie eine 512 Gigabyte SSD oder Speicherplatz 512 Gigabyte drin, aber man muss eigentlich schon einen Schritt höher gehen und beim Pro-Modell bist du dann schon bei 2.500 Euro und so geht es sehr schnell in 500 Euro Schritten nach oben. Also gerade wenn man anfängt, dann eben auch Arbeitsspeicher zu konfigurieren und dann plötzlich landet man bei Max und das ist ja auch so ein Trick von Apple, dass man immer so merkt, ah ja, wenn ich jetzt hier noch nochmal hochschraube, dann lande ich, dann kriege ich das noch und dann plötzlich bist du von diesem 2.000 Euro Gerät bis du bist bei einem 5.000 Euro Gerät. Das ist relativ frustrierend. Fließende Grenzen. Fließende Grenzen sind das bei Apple, ja. Bevor wir, bevor wir auf das nächste Gerät noch zu sprechen kommen, so, in Reaktionen wird jetzt ja immer schon diskutiert, so von wegen, was sollen denn eigentlich diejenigen davon halten, die jetzt schon ein Apple Silicon Gerät haben? Für wen sind, oder sind, ist ein Wechsel anzuraten? Da muss man sich natürlich die Tests erstmal abwarten, aber was ist so dein Bauchgefühl? Ja, also anzuraten, mein Bauchgefühl wäre nein. Also wer jetzt, also zumindest wer auf diesem 14 Zoll oder 16 Zoll MacBook Pro Niveau schon ist, von 2021 oder von 2023 und eben dann mit M1 Pro oder eben M2 Pro, M2 Max, der muss, außer er hat sehr spezifische Ansprüche oder braucht irgendwie unbedingt jetzt nochmal die, die ganz obersten Arbeitsspeicherstufen oder hat halt wirklich ein Workflow, wo er merkt, ich laste die, ich laste dieses MacBook nonstop bis zum Maximum auf. Gibt es sicher, ja, bei Videoproduktionen und da wirst du sicher Zeug finden, wo du von diesem, jetzt nochmal, von der, von dieser zusätzlichen Leistung profitieren, von der wir zumindest ausgehen, von der zusätzlichen Leistung profitieren wirst. Aber ich glaube, die meisten, also ein Großteil der Käufer, die jetzt auch mit dem M1 Pro vielleicht eingestiegen sind eben vor zwei Jahren, die werden nicht unbedingt diesen Schritt gehen müssen in diesem Jahr. Also das, glaube ich, kann man sich dann unterm Strich, zumindest wenn man auf diesem Level schon angekommen ist an MacBook, kann man sich das auch einfach sparen und auch noch bis zum M4 Pro und M4 Max warten und da ist zumindest, ist glaube ich kein Zeitdruck, außer man hat eben diesen ganz spezifischen Anspruch, dass die Workflows so auf Dauer, Hochleistung ausgelegt sind, dass man merkt, okay, ich spare halt so und so viele Minuten pro Tag, wenn ich halt mein Zeug jetzt irgendwie durch mit dem M3 machen würde, kann man sich das natürlich hinrechnen und dann lohnt es sich vielleicht auch ein neues zu kaufen, aber das, ja. Ja, ich bin da bei dir. Also ich glaube, der Schwarzfarbton hat noch das größte Potenzial, einige ins Wanken zu bringen, weil man es einfach haben möchte und das natürlich nicht bekommt oder bekommen hat in der Vergangenheit, aber ich denke auch, also für sehr spezielle Fälle sind da Attribute drin, wo ein Umstieg dann vielleicht angesagt ist, wo, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt eben diese Grafik, diese speziellen Grafik-Sachen dann ganz gezielt haben möchtest, ja, dann ist das vielleicht dann eben sehr attraktiv oder eben halt, also ich glaube tatsächlich auch, dass es wirklich dann noch eben Nutzerkreise abholt, die bislang gar nicht in Erwägung gezogen haben, dass sie für ein MacBook Pro in Frage kommen, weil sie dachten, sie müssen ihre Arbeit, die sie da verrichten, auf einem Desktop bis zur Rente verrichten und das, ja, da könnten sie jetzt dann in Schwanken kommen und dann sagen, ja, vielleicht geht es ja eben auch so, also das ist vielleicht eher so, eher expansiv, was die Reichweite angeht. Ja, weil ich, also ich glaube zum Beispiel, also gerade auch die, es sind ja jetzt die ersten Geekbench, Benchmarks sind ja schon rausgefallen vom M3 Max und auch von dem Basismodell, interessanterweise noch nicht vom M3 Pro, also der ist noch immer, bleibt das große Fragezeichen vorerst, aber da sieht man ja schon, dass der M3 Max auch letztlich, das, was halt der 2019er Mac Pro noch in super hochkonfigurierter Variante mit unzähligen Intel Xeon, Cores und Prozessoren, ich weiß gar nicht, was du da, wo du auch preislich damals dann angekommen wärst, sicher in zweistelligen Euro, Tausender, Zehntausend, Aufwärtsbereich, dass der diese Leistung ungefähr schon auch bringt und das eben einfach dann in einem Notebook, was halt du zusammenklappst und mitnimmst und dann Arm klemmst. Also das ist, das ist schon, da ist natürlich dann, glaube ich, der Reiz jetzt diesen Umstieg zu machen deutlich größer, während bei denen, die halt schon auf M1 Pro aufwärts sind, ja, hat sich, kann man auch noch ein Jahr warten oder zwei. Dann haben wir jetzt noch das weitere Gerät, den Familiencomputer nenne ich ihn jetzt mal, so hat Apple ihn ja dargestellt. Steht bei euch in der Küche auch ein iMac? Ja, ich muss über dieses Bild, über dieses Küchenbild musste ich unglaublich lachen. Ich hätte nichts dagegen, auch ein iMac noch in die Küche zu stellen, muss ich sagen, ist natürlich recht nett, aber er schien mir auch ein bisschen absurd, den so zu positionieren, weil ich meine, zumindest, ich meine, da tut es dann auch ein iPad oder so als Kücheninselgerät. Naja, aber ich meine, der iMac ist halt, also der iMac, wie wir ihn halt jetzt in dieser M1-Neuauflage gesehen haben, ist ein schönes und auch tolles und faszinierendes Gerät, weil er halt wirklich unglaublich dünn ist und ist das einzige Gerät, wo Apple sagt, Haarfarben sind eigentlich was ganz Nettes, verschiedene Farben anzubieten, die auch durchaus intensive Farben sind, zumindest auf einer Seite und der ist ja jetzt praktisch, ich meine, du hast ihn gesehen, der ist ja, äußerlich ist der, also man kann ihm nicht ansehen, dass es jetzt ein M3 iMac ist. Nein, identisch, er ist absolut identisch, das hat sich gar nichts verändert, der zumindest nicht jetzt das, was du auf den ersten Blick, wenn er ausgeschaltet ist, dann sich dir präsentiert. Ja klar, also da hast du jetzt natürlich, also da ist es ja überfällig gewesen, dass sie überhaupt irgendwas mit dem iMac machen, weil er halt die M2-Generation einfach übersprungen hat, ist jetzt vielleicht auch kein Drama gewesen unterm Strich. Ich bin froh, dass sie jetzt überhaupt weitergegangen sind und halt jetzt gesagt haben, es ist mal Zeit, den auch wieder anzufassen. Ich vermisse die Option, den auch mit einem M3 Pro zu konfigurieren. Dieser All-in-One-Formfaktor ist ja einfach recht nett. Ich meine, wir können ja davon ausgehen, dass man ein Mac Mini mit M3 Pro früher oder später bekommen kann, aber dann hast du halt eben das klassische, Mac Mini ist auch ein tolles Gerät, aber du brauchst halt dein externes Display, du brauchst dieses ganze externe Setup sozusagen und der iMac als Gesamtkiste ist natürlich ein schönes Paket, ist so ein sorgloses Paket, wenn man sich praktisch um nichts kümmern muss, der kommt halt mit allem und funktioniert dann so, wie man ihn halt aus der Packung nimmt und man kann jetzt noch ein bisschen, bei den Optionen, man hat ein bisschen mehr Optionen, was Speicherplatz und glaube ich auch Arbeitsspeicher angeht, aber das war es letztlich unterm Strich. Also zum M1 gibt es sonst keinen Unterschied mehr und man muss halt sagen, sobald man anfängt, ihn zu konfigurieren, wird er schon auch schnell, schmerzhaft teuer. Ja, das hat er richtig, das hat er dann gemeinsam mit den MacBook Pros. Ja, ich finde es nach wie vor interessant, welche Rolle Apple für dieses Gerät eben sich ausgedacht hat. Das geht ja nicht ganz konform mit dem, was früher mal der iMac war und auch was ja heute nach wie vor viele Nutzer dann eben gerne hätten, dass es dann der iMac ist. Sie sagen ja wirklich, das ist idealerweise ein gemeinsam genutzter Computer in der Familie, der mit mehr User-Profilen dann arbeitet, der eben das auch deshalb diese bunte Komponente hat und der auch mit 24 Zoll ein ausreichend dimensioniertes Display hat. Also dieser Wunsch, ein größeres Display wieder beim iMac zu bekommen, ist ja auch nicht aus der Welt und Apple bleibt da allerdings dann eisenhart und sagt, nein, früher war 21,5 Zoll und 27 Zoll groß und 24 Zoll liegt wunderbar da in der Mitte. Das ist nach wie vor das, was wir für richtig erachten. Punkt. Und ja, das finde ich dann ganz interessant. Aber es scheint ja irgendwie aufzugehen. Also sie sagen ja, das ist der bestverkaufte All-in-One und dass sie jetzt eben dem nochmal so eine große Bühne gegeben haben mit dem M3 zeigt ja auch, das ist ja auch eine Art Commitment. Also man würde sich ja jetzt nicht zu so einem Computer committen, der jetzt irgendwie ein Ladenhüter ist und der irgendwie gar keine Zukunft hat. Dann hätte man ihn vielleicht per Pressemitteilung aktualisiert so nach dem Motto, übrigens iMac hat jetzt auch den M3. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Aber diese spitze Zielgruppe bedingt vielleicht auch, dass man es nicht für nötig hält, ihn jedes Mal mitzunehmen bei der Aktualisierung, sondern dass man sagt, die Familien kaufen eh vielleicht alle fünf, sechs, sieben Jahre nur einen neuen Computer. Da müssen wir jetzt nicht jedes Jahr einen neuen Chip einpflanzen da rein. Ja, wahrscheinlich ist es auch einfach so. Ich meine, Apple hat die Zahlen ja selbst. Sie wissen ja, wie das Video ist unterm Strich nachgefragt wird und was sich auch getan hat. Ob das halt dieser fehlende M2 im iMac, ob das einen Abbruch den Verkäufen getan hat. Apple selbst weiß es. Wir können das von außen natürlich schwer sehen und damit bleibt das einfach offen. Aber ich finde es natürlich auch, ich bin jemand, der auch lange an einem großen iMac gearbeitet hat und der 5K iMac war auch ein fantastisches Gerät und ich hoffe schon auch, dass der große iMac zurückkommt. Ich sehe auch all die Kritikpunkte an einem iMac, also an dem All-in-One-Konzept. Ich verstehe, dass Leute das überhaupt nicht verstehen können und diese Problematik, dass du halt Display und Computer verbindest und damit halt das eine das andere außer Gefecht setzen kann, ist natürlich eine Problematik, die man auch nicht wegdiskutieren kann. Also der Formfaktor ist auch mit seiner eigenen Problematik behaftet, aber der iMac ist trotzdem eine tolle Kiste unterm Strich. Und sie haben sich ja wirklich mit dem Redesign halt damals ja, das war ja der erste Apple-Chip-Mac, der halt wirklich dann radikal auch neu aussah und da haben sie sich mit dem Design wirklich viel Mühe gegeben. Also das ist wirklich ein Beeindruckendes. Du kannst natürlich immer noch kritisieren, ich kann halt die Höhe nicht verstellen. Das typische Zeug, was sie halt Ergonomie, um ihn kümmert es. Aber das Design ist halt fantastisch. Ja, nach wie vor auch. Also ich finde auch jetzt, jetzt nachdem er jetzt wieder erneuert wurde, aber das Design kann man auch wirklich weiterverwenden. Das ist wirklich sehr schick und das ist wirklich ein schöner Computer und dann auch witzige Ideen wie zum Beispiel ja eben diesen LAN-Anschluss im Netzteil, den sie ja auch fortgeführt haben. Finde ich, finde ich ist witzig, also dass sie das so gemacht haben. Also das kann man alles so machen, finde ich. Ich persönlich hatte jetzt ja damit gerechnet, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr macht, dass man also jetzt nicht einen größeren rausbringt, aber dass zum Beispiel der Sagen um eine Ampelpencil mit USB vielleicht eine Rolle spielen könnte, dass man irgendwie jetzt dann auch den Stift auf den Mac bringt oder so, wie das ja bei Microsoft beim Surface ja zum Beispiel gemacht wurde. Also ich finde, wenn du so einen speziellen Computer hast wie den iMac, dann kannst du das dir durchaus auch erlauben, dass du da so sagst, der hat jetzt noch irgendwie, weil er ein Familiencomputer ist, dann irgendwie noch diesen speziellen Dreh und überhaupt Touchbedienungen kommt ja auch über die iPad-Apps auf den Mac und so weiter. Also ja, aber nein, da ist man dann doch recht konservativ geblieben, ist einfach nur ein Vordreh mit neuem Prozessor. Ja, konservativ ist Apple auch beim Zubehör geblieben, was beim iMac ja mitkommt, denn das kommt einfach weiterhin natürlich mit Lightning, oder was heißt natürlich, es kommt halt weiterhin mit Lightning-Anschluss. Ich empfinde es nicht als ein furchtbares Drama, muss ich sagen, weil diese, ja, also was ich so gelesen habe, das wurde teilweise, wurde scharf kritisiert und mir erschien das teilweise etwas überzogen, weil natürlich würde ich mich auch freuen, wenn sie die, ihre Peripherie auf USB-C bringen, das bietet sich jetzt einfach an, natürlich, der USB-C-Zug ist auch bei Apple abgefahren im Sinne von, es ist überall angekommen, aber gerade beim iMac, es ist ja doch einfach unterm Strich ein Gerät, was man meistens wahrscheinlich an einem Ort verwendet und ob du dann diese, die Tastatur und Trackpad oder Maus halt einmal im Monat oder alle paar Wochen halt über Lightning jetzt anschließt zum Aufladen oder über USB-C, ist also ehrlich gesagt relativ schnuppe. Ja, ich kann diese Hektik da auch nicht so ganz nachvollziehen, aber das bedingt vielleicht jetzt einfach, weil in letzter Zeit die Schritte immer schneller und größer wurden, was diese Umstellung auf USB-C anging und da war das jetzt für viele halt gesetzt, das muss doch dann auch gemacht werden. Die Frage ist jetzt natürlich, wann ist damit alternativ zu rechnen? Was ich persönlich ärgerlicherer finde daran, dass das so bleibt, ist ja jetzt bei der Magic-Maus, dass du immer noch diesen Lademechanismus darunter hast. Also wenn sie den Lightning-Port nach vorne gepackt hätten, das wäre vielleicht auch ein Zeichen gewesen, aber das lohnt ja jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich werden sie irgendwann eine neue Magic-Maus rausfällt. Ja, das ist vielleicht die interessante, daran angeschlossene Spekulation, dass sie sich dann auch eben die Mühe machen, ihre Peripherie, also all diese Magic-Keyboard, Magic-Trackpad und Magic-Maus halt auch nochmal zu überdenken. Die laufen ja in sehr langen, ich meine, wir haben das Magic-Keyboard mit Touch-ID gesehen, das war schon eine große Neuerung, weil es natürlich sehr komfortabel, wenn man das vorher nicht hatte oder nicht kennt, wie bequem das ist oder keine Apple Watch hat, die natürlich den Mac auch einfach entsperren kann. Also ich meine, Passwort eintippen beim Entsperren ist wirklich super nerfend. Also ich glaube, das kann man festhalten. Und da würde ich mir natürlich dann wünschen, dass wenn sie diesen USB-C-Schritt gehen, dass sie auch ihre Peripherie halt nochmal anfassen. Vor allem natürlich die Maus, weil die hat es wahrscheinlich am nötigsten des Trackpad, das ist eigentlich wunderbar. Ich meine, kann natürlich immer noch ein Tick größer sein oder irgendwo können sie da sicher noch feilen. Und an der Tastatur kann man natürlich immer auch darüber diskutieren, ob noch irgendwas machbar ist und ob man die irgendwie vielleicht doch mal ein bisschen hochklappen könnte oder was auch immer. Andere Tastaturen machen oder eine mechanische Tastatur gar. Da gibt es ja ganz eigene Begehrlichkeiten bei Leuten durchaus. Also da ist viel Spielraum, aber das wäre dann schön, wenn sie das in einem Aufwasch machen, weil wenn sie jetzt einfach den Anschluss ausgetauscht hätten, so wie du schon sagtest und die Maus halt, ja, Maus sich weiterhin auf den Rücken legen muss, um aufgeladen zu werden, dann wäre es eigentlich auch nicht allzu spektakulär gewesen. Ja, also Apple hat da so seine eigenen zeitlichen Vorstellungen, das haben wir schon bei einigen Sachen ja erlebt, genauso wie ja eben die Serial Remote beim Apple TV dann eben früher dran war als das iPhone, was dann USB-C anging. Ist halt manchmal kurios, aber man muss das vielleicht auch so sehen, bei so einem großen Unternehmen, da sind diese Entwicklungspipelines eben auch wirklich teilweise laufen parallel zueinander und dann ergeben sich solche Sachen. Es ist ja schon erstaunlich, dass man überhaupt das einigermaßen in einem bestimmten Timeframe alles dann ins Ziel bringt gleichzeitig. Und also ich verspüre auch keine Nervosität jetzt bei der Tatsache, dass der Lightning-Anschluss noch erhalten bleibt. Eher habe ich das Problem schon jetzt selber beim iPhone, dass ich jetzt kein Lightning-Kabel mehr mitnehme und dann auf Reisen feststelle, dass ich meine AirPods, die noch keinen USB-C-Anschluss haben, nicht aufladen kann. Ja, das sind halt die Andersrum-Probleme. Ich bin jetzt auch ein paar Mal reingerannt, als ich versucht habe, ein älteres iPhone halt mit einem USB-C-Kabel zu laden. Also all diese Problematiken und dann stehst du halt da und versuchst, diesen Stecker da rein zu bekommen und fühlst dich blöd dann dabei, wenn du merkst, dass du da halt jetzt ein Lightning-Kabel hättest für gebraucht hättest. Das ist halt einfach, so sind diese Übergänge, da knarzt es halt an der einen oder anderen Stelle immer noch. Ja, das war der iMac. Das war der iMac. Und damit eigentlich auch schon das ganze Event, was die Hardware-Seite anging. Das Event selbst war ja in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich dieses Jahr. Es kam, also ich meine, wir haben solche Spät-Oktober-Events durchaus schon mal gesehen in all den letzten Jahren, wenn auch selten. Es kam relativ spät, es kam zu einer extrem ungewöhnlichen Uhrzeit, hat man schon gesagt. In Europa war es, je nach Zeitzone, war es plus minus ein Uhr. Das war auf jeden Fall komisch, weil sie damit natürlich die Zuschauerschaft in Europa dürfte sehr klein gewesen sein. Ich glaube, das ist relativ klar. Das wird auch Apple-klar gewesen sein. Ich weiß nicht, warum sie sich zu dieser Uhrzeit entschieden haben. Ist mir völlig, nach wie vor völlig unklar. In den USA waren sie ja teilweise sozusagen Primetime, je nach Küste. Und in Kalifornien halt am Nachmittag, späten Nachmittag. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat mit der Uhrzeit. Ich glaube, es war einfach das Thema. Also Halloween stand ja wirklich im Vordergrund. Und sie haben ja eben auch diesen Film ja sehr Halloween-artig gestaltet. Nicht jetzt den Apple-Park im Halen, wie wir das kennen, sondern alles dunkel und unheimlich. Und Johnny Scrooge hat dann Welcome to my Lab dann alle begrüßt. Ja, aber er war nicht verkleidet. Weder Tim Cook noch Scrooge noch irgendein anderer Manager war in irgendeiner Form verkleidet. Aber trotzdem ist es ihnen gelungen, dass sie das Ganze ja dann doch so ein bisschen unheimlich gruselig dann gestaltet haben, aber auf eine augenzwinkernde Art und Weise. Also auf jeden Fall, es war beseelt eben von Halloween, was ja in den USA eben eine ganz andere Rolle spielt, auch als eben jetzt bei uns in Europa, auch wenn hier vieles adaptiert wird in letzter Zeit. Und da haben sie augenscheinlich dann gesagt, dann ist es nur konsequent, dass wir das nicht morgens um 10 jetzt Kalifornien-Zeit bringen können, sondern dass es eine Abendveranstaltung ist. Und dann passen diese ganzen Punkte auch wieder zusammen, dass die USA begünstigt waren, dass man Europa ein bisschen beiseite gelassen hat. Interessant finde ich eigentlich den Mut, und dass man so von der klassischen Form des Videos, also wie die gestaltet sind, mal wieder ein bisschen abgewichen ist. Die waren ja schon, finde ich, durch die Uhrzeit und dieses Setting Apple Park, wie der dargestellt wurde, relativ uniform gewesen. Wir sahen beim iPhone jetzt schon erste andere Akzente, dass man zum Beispiel dann so Speaker dann in anderen Kulissen, so Städtekulissen sah, nicht mehr so Apple Park. Und das jetzt war zwar im Apple Park, aber eben in einer ganz anderen Stimmung dann gemacht und mit dem iPhone aufgenommen, nebenbei. Das hat mich ja am meisten überrascht. Ja, das war interessant, dass sie das dann am Schluss natürlich so einfach als Text praktisch hinten dran gefügt haben, dass die Aufnahmen komplett mit dem iPhone geschossen wurden. Es ist natürlich faszinierend, dass sie diesen Schritt jetzt gegangen sind. Es ist natürlich, man kann da auch ganz simpel drüber spekulieren, ob Apple einfach froh war, dass sie endlich Log-Videos mit dem iPhone 15 Pro machen konnten oder mit dem 15 Pro Max. Man muss ja sagen, dass tatsächlich das 15, also ich meine, das iPhone-Video war schon lange schon sehr gut und wir haben ja gesehen, ich meine, es gab ja schon, es gibt Kinoprojekte, die mit dem iPhone gefilmt wurden. Es gab halt irgendwie ganz andere Modeshows und dann Krempel und Musikvideos und was du halt so findest an auch hochwertig produzierten Videos, wo du ganz klar das natürlich auch mit einem iPhone machen kannst und du kannst natürlich auch mit einer lausigen Kamera als hervorragender Regisseur oder Fotograf hervorragende Werke hervorbringen. Ich glaube, das ist auch klar und trotzdem war es natürlich interessant, dass sie eben jetzt einfach ihre eigene Hardware dafür gewählt haben und man muss auch sagen, wenn man das nicht gewusst hätte und es nicht hinten dran steht, hätte, glaube ich, kaum jemand groß darüber spekuliert, dass da die Kamera-Hardware tatsächlich geändert wurde bei dem Event. und deshalb haben sie auch, glaube ich, diese Reihenfolge mit der Einblendung gewählt, dass sie nicht am Anfang schon gesagt haben, pass mal auf, jetzt kommt ein iPhone, also ein iPhone-aufgenommenes Event, sondern am Ende dann gesagt haben, hey, das hättet ihr nicht gedacht, oder? Also ich glaube, diesen Überraschungseffekt wollten sie und ja, ich glaube, im Apple Park ist einfach jemandem aufgegangen, dass, sie haben jetzt ja nicht erst seit diesem Jahr das iPhone mit seiner Kamera auch beworben, jetzt als so professionell, dass es dann eben von Filmemachern eingesetzt werden kann, aber sie selbst haben ja eben dann erkennbar das bislang nicht benutzt und haben ja mit ihrem Videoformat, das sie in den letzten drei Jahren aufgebaut haben, ja auch schon wirklich sind sie so an, sag ich mal, das Limit gegangen, was man optisch ja darstellen kann, so von der Güte her. Und diese Message jetzt, die dann jetzt da gesendet wurde mit dem Gebrauch des iPhones ist ja, schaut mal her, wir reden nicht nur darüber, dass man da tolle Sachen mitmachen kann, wir benutzen es selber auch für diese Zwecke. Also ich fand das schon recht spannend, dass sie das so auch hingekriegt haben. Ist natürlich faszinierend auch zu beobachten gewesen, was sich für eine teilweise sehr absurd wirkende Diskussion da drum entsponnen hatte. Weil wir hatten ja dann auf der einen Seite Leute, die gesagt haben, das ist alles Lüge, weil du natürlich ein riesen Equipment-Setup und natürlich, also ich meine die Vorstellung, dass sich dann einer da mit dem iPhone hinstellt und sagt, hey Tim, sag mal deinen Spruch jetzt auf und dann irgendwie, keine Ahnung, wie sich Leute das vorgestellt haben. natürlich wurde das entsprechend mit einem Berg an Hardware und Beleuchtung und natürlich riesigen Teams an Leuten, also es wurde genauso professionell gefilmt, wie es vorher auch gefilmt wurde, bloß, dass die Kamera-Hardware halt ausgetauscht war. Bei einer klassischen Kamera wäre es ja nichts anderes gewesen. Also sag mal, die Nebelmaschine ist da auch nicht eingebaut. Die hast du trotzdem noch. Ja, genau. Diese Vorstellung, dass aus dem iPhone auch der Nebel und das Licht und alles kommen muss, ist natürlich, die ist naiv. Also da muss ich ganz klar sagen, hier ging es ja wirklich nur um die Komponente Kamera, aber wer eben sich mit Kameras auseinandersetzt und weiß, welche Güte eben manche Filmkameras haben, muss man schon sagen, Hut ab, also dass das so ein Level erreicht hat, dass das möglich ist. Ja, was so ein bisschen, weil eben, es ist ja gut, wenn Apple seine eigene Hardware für solche Projekte auch nutzt, weil ich meine, wie können sie besser selbst sehen, wo halt die Limits sind in der professionellen Produktion und wo es halt knarzt und dass du eben vorher mit einem iPhone, wo du das nicht über USB-C rausschieben kannst und halt nicht Log hast, dass du halt diese Filmproduktionen massiv problematisch waren, weil wenn du halt riesige Filmdateien vorher versucht hast, irgendwie über Lightning oder über Airdrop oder über iCloud vom iPhone zu bekommen, bist du wahrscheinlich mehr oder weniger verzweifelt. Also man braucht halt ein Geduldsspiel und jetzt, sind auch vom Workflow her professionelle Produktionen deutlich klarer ersichtlich mit dem iPhone 15 Pro oder greifbarer, machbarer. Was ich interessant fand, aber dass sie hintendran nicht so sehr ihre eigene Software für die weitere Produktion benutzt haben, sondern dass da war ja offensichtlich irgendwie Premiere, also Adobe Premiere Pro im Spiel und zwar, ich glaube, der DaVinci Resolve ist auch irgendwo, meine ich, durchs Bild gefallen. Also nicht mal die klassische Kamera App haben sie verwendet, sondern die Blackmagic Kamera App dann auf dem iPhone. Ja, ja, also das fand ich auch bemerkenswert. Also das ist, was aber dann auch ehrlich ist, weil genau da sind halt die Schmerzpunkte, wo du sagst, wenn du eine professionelle Produktion machst, würdest du wahrscheinlich tatsächlich diese zusätzlichen Tools nicht benutzen und vielleicht stößt es halt bei Apple auch nochmal den Gedanken an, okay, auch was Final Cut angeht, weil Final Cut ist ja immer noch, das ist ein Tool, was für eine Einzelperson, für eine Einzelproduktion halt ein hervorragendes Tool ist, aber sobald du eine Art von Team-Produktion hast oder irgendwie gemeinsam an einem Projekt arbeitest, wird es mit Final Cut halt schnell sehr schwierig. Also ich meine, das ist nicht meine Welt, Videoproduktion, aber das ist das, was ich so von außen mitbekomme und da sind natürlich andere klassische Profi-Video-Schnittsachen sind da viel weiter, weil die natürlich darauf angelegt sind, dass du da auch in einem Team an Projekten arbeitest. Naja, und vielleicht sind das aber auch einfach pragmatische Realitäten, die man da anerkennt. Also dass zum Beispiel sehr viele Filmemacher eben immer mit Adobe Premiere arbeiten und dass die jetzt nicht für den einen Apple-Auftrag dann plötzlich ihren gesamten Workflow umstellen können auch. Ich meine, auch jeder weiß ja, wenn man Effekt-Bibliotheken hat und so weiter, das wären ja immense Investitionen und Einarbeitungsphasen, um dann mal eben zu Final Cut rüber zu gehen, wenn man sonst nie benutzt. Also ich finde aber auch, dass das verleiht dem Ganzen eher auch den Anstrich des Realistischen. Also dass man nicht mit der consumerorientierten Kamera-App jetzt dann da optimal jetzt Profi-Produktionen aufnehmen kann, ist ja eigentlich völlig naheliegend. Muss ja auch nicht. Also die Consumer-App ist ja dann eben, erstaunlicherweise wirft sie ja immer noch gute Filmschnipsel ab, die du auch häufig für professionelle Zwecke verwenden kannst, aber natürlich nicht, wenn du so eine Deluxe-Produktion da jetzt anstimmst. Muss man ja wirklich sagen. Also ich meine, ich möchte nicht wissen, was diese, ich meine, das waren jetzt 30 Minuten, was das unterm Strich gekostet hat. Also mit der Zahl der beteiligten Akteure mit Nachbearbeitung und dem Drumherum, das ist schon ein Irrsinns, abgesehen von ihren lustigen Videochen vorneweg, wo dann mal irgendeiner von Porsche auftaucht und andere illustre Gestalten sich da, Prominente irgendwie in so einem Filmchen einfach so in zwei Sekunden mal einreihen und die Hand geben. Das ist natürlich was, was du mit Apples Maßstäben und Geldaufwand natürlich stemmen kannst, was natürlich auf einem ganz anderen Level spielt. Aber trotzdem, also das war, war natürlich interessant. Es ist lustig natürlich an einen Marketing-Film, eine zweite Marketing-Botschaft noch dran zu knüpfen, hinten dran zu sagen, jetzt ist übrigens auch ein großer Werbefilm fürs iPhone eigentlich gewesen, obwohl das iPhone ansonsten gar nicht vorkam in der ganzen Geschichte. Ja, das haben sie schon sehr raffiniert gemacht. Also Marketing kann etwas. Ja. Haben wir sonst noch etwas, was wir um das Event besprechen müssen? Ich weiß nicht, also es war ein interessanter Abschluss auf jeden Fall für das Jahr, aber ich glaube, wir gehen ja davon aus, dass jetzt wirklich es gegessen ist. Ich war überrascht, dass wir jetzt überhaupt noch diese M3-Macs gesehen haben. Ich bin ganz froh, dass wir jetzt wieder zu diesem Herbst-Ding offensichtlich zurückgekehrt sind, auch für MacBook Pros, dass die halt wieder im Herbst kommen, so wie es halt auch mit dem M1-Pro-Generation war und hoffe, dass das im nächsten Jahr so fortgesetzt wird. Und vielleicht gleich auch noch als Hinweis vorne raus, also ich meine auch auf Heise Plus wird man bald dann den Testbericht lesen können, sobald es soweit ist, von diesen neuen MacBook Pros. Abonnenten können das sowieso lesen und Heise Plus, also Mac and i-Abonnenten, können das natürlich einfach online lesen und Heise Plus-Abonnenten natürlich auch. Sobald das da ist, werde ich das dann auch verlinken, aber das wird noch dauern, ein bisschen. Ja, ich fand es da ganz erfreulich, dass Apple auch jetzt anders als im Januar, als es ja nur den Film gab mit der Vorstellung der neuen Macs, dann jetzt auch tatsächlich so, sagen wir mal, die etwas abgeschwächte Event-Form ja auch gewählt hat. Also, dass man jetzt dann on location dann auch die Möglichkeit hatte, diese Geräte dann gleich mal in Augenschein zu nehmen. Sie hatten dann in New York, hatten sie ja eine größere Zahl, vor allem von Influencern eingeladen. Das fand dann in dem, in diesem Penthouse statt, in diesem Apartment, was sie dort haben, was über mehrere Stockwerke dann da geht, relativ zentral. Auch eine interessante Location, da wurden ja in der Vergangenheit ja auch zum Beispiel schon das iPhone X wurde damals dann auch gezeigt und so und dort hatten sie das dann halt alles aufgebaut, dass das mal in Augenschein genommen werden konnte. Alles ein bisschen auch Halloween-mäßig dann noch so dekoriert. Das ist ja für den Europäer ja auch eine durchaus interessante Erfahrung, Halloween mal am Ursprungsort zu sehen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sind ja, haben fast die dreifache Länge der Keynote erreicht in unserer Nachbesprechung, aber das war ja auch, es steckte ja eine Menge drin, trotz der kurzen Zeit. Wenn ihr wollt, dann sehen und hören wir uns gerne wieder bei der nächsten Folge des Mac and i Podcast, was dann in zwei Wochen voraussichtlich wieder der Fall sein wird. Wir freuen uns natürlich auch über Zuschriften am Podcast at macandai.de, Fragen, Kritik, Anregungen und so weiter. Ja, und ich glaube, für heute sagen wir einfach mal auf Wiederschönen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020